Nein, das muss ich unbedingt einstellen. Das kann doch nicht sein, dass die jetzt hier... Ah, warte, das ist überspielt. Kann man das am Kind einstellen? Das muss ich noch gar nicht. Ja, das hat so einen Knopf. Wie lauter, leise, 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 stumm. Ganz stumm. Ach so. Ja, nee, das kann ich jetzt hier nicht einstellen. Nein, lass das doch. Alles gut, alles gut. Mich schützt nicht. Mich auch nicht. Das ist eine Serena. Das macht eine Atmosphäre bei. Wenn wir in so einer Irrenanstalt sind und dann schreien auch Kinder, das ist so alles Atmosphäre. Das ist geil. Ich habe die Aufnahme noch nicht gestartet. Ich habe im richtigen Moment die Aufnahme gestartet. Super. Ja. Davor gerade Murphian uns vorbei, habt ihr das gesehen? Ja. Ich habe gehört, dass die Icky anmoderiert. Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei der Ruhr mit Nemi, Murphy, Yuko und mir. Wuhu. 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 Ihh. Da kam Land mit. Hoppa. Starte das Spiel. Los, start. Ich starte jetzt das Spiel. Starte. Wir gehen rein. Di broch. Kalifornien, USA. Slowly remembering the summoning ritual she had seen during her time with the cult, Molly began attempting to raise Azazel once again. As a former cult member and one of Molly's closest friends, you have tracked her down, hoping that your worst fears have not been realized. Da waren Möpse. Ja, Möpse, da waren voll die Möpse. Drücken Sie F um die Taschenlampe. Hallo, wir sind doch alle. Hä, F? Achso. Also tschüss, ich fahr da mal nach oben, ja? Tschüss. Also ich hab jetzt den Fussfahren nicht gesehen, also ich dachte das wäre das gleiche wie letztes Mal, ne? Hast du mich gesehen? Den Fussfahren jetzt? Oh mein Gott! Sie ist da! Seht ihr das? Wo denn? Oh mein Gott! Wo denn? Wenn das nicht flackert! Hier! Ach Nemi! Oh mein Gott! Mando! Wollen wir die Medi-Kids irgendwo sammeln wieder und den Sprit? Keine Ahnung, wir müssen doch erst mal gucken, wo hier was ist! Ja, wir gucken erst mal. Dr. Team Walker! Soll ich kurz vorlesen? Ja, mach mal! Die Aufnahme unseres neuesten Patienten heute Morgen war problematisch. Miss Molly Jackson, Miss Jolly Maxson, wollte nicht kooperieren und musste studiert werden, nachdem sie sich geweigert hatte, zu ihren eigenen Sicherheit in einen Rollstuhl geschnallt zu werden. Bei der Mehrheit unserer Patienten haben wir dieses Problem nicht. Als ich sie heute Abend während meiner Runde besuchte, bemerkte ich, dass sie versuchte, eine Ratte mit etwas Essen aus der Kantine in ihr Zimmer zu locken. Wie komm ich jetzt hier wieder raus? Also... Okay! Escape! Leute, hier liegt auch ne Puppe, ne? Ja, hab ich gesehen. Hier liegt ne Puppe? Ja! Hier ist noch ne Notiz! Nemi! Da! Ich hab eine Sicherung gefunden! Du hast eine Sicherung? Ich hab eine Sicherung gefunden! Hier geht's nicht rein! Ja, geh doch mal weg hier! Lass mich doch mal... Was ist denn hier für ein Gedränger? Nemi, ich bin drin! Nemi! Hallo! Leute! Ich bin hier drin! Ah! Oh, bist du hier drin? Nemi! Nemi! Entschuldigung! Sie benötten einen Schlüssel! Oh nein! Oh wie geil! Wir suchen den Schlüssel, Juko! Ich bin hier drin! Ich warte auf euch, komm zu mir! Da hat es! Hallo! Oh Mann, ey! Oh Mann, ey! Also hier auch, wer das gerne lesen möchte, bitte jetzt mal schnell pausieren. Drei, zwei, eins. Danke. Also ich kann es auch vorlesen, wenn ihr möchtet, aber... Ist wahrscheinlich... Also ich habe eine Sicherung gefunden. Und Pink, ich habe dir gesagt, du sollst das... Was denn? Ich habe dir gesa... Oh, guck mal, da hinten. Wo denn? Azazel. Oh! Ich habe dir gesagt, du sollst das Bettlaken wechseln. Echt jetzt, ey. Oh, hier geht es rein. Nein. Hier ist ein Schüssel. Hallo. Nice. Warte mal, wie war das? Okay, Mann. Okay, Mann. Yep. Yes. Sure. No way. Forget it. Okay. Come on. You look at... Over here. Over here. No. Oh, der ist ein Schüssel. Oh, der ist ein Schüssel. Joko? Ist noch alles gut bei dir? Ist Joko schon tot? Hast du den Schlüssel? Ich hab den Schlüssel. Da kann ich auch Schlüssel für oben. Wie ist Joko da oben reingekommen? Weil man brauchte den Schlüssel für. Ich hab keine Ahnung. Ich hau ab hier. Hier ist falsch. Wo waren nochmal die Treppen? Hier hoch. Hier. Ja genau. Oh Gott. Joko, die Tür ist auf. Joko. Wo bist du? Die Tür ist auf, wo bist du? Joko. Joko. Ich hör dich, aber ich seh dich nicht. Hallo. Hallo. Ich bin einfach da durchgeglitscht. Bei der Tür. Okay. Hallo. Hallo. Ich hab hier vor die komischen Geräusche gehört die ganze Zeit. Echt? Ja. Soll ich dich in den Arm nehmen? Ja. Tu ich aber nicht. Wo ist der Murphy jetzt hin? Ich hab keine Ahnung. Murphy? 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 Wir wollen uns einfach alle Gegenseite suchen müssen die ganze Zeit. Murphy? Nein, da geh ich nicht. Das ist äh... Ah ja, schieb ruhig den Dicken rein. Dankeschön. Das ist der Pornokeller. Die Pinky schiebt einfach den Dicken rein. Ich bewege mich nicht vorwärts. Sie schiebt mich runter. Guck. Habt ihr gesehen? Also ich hab ne Sicherung. Keine Ahnung, wo für die ist. Oh oh. Ich höre es jammern. Oh mein goodness. Mach's Licht aus. Mach's Licht aus. Oh. Mach's Licht aus. Nein. Ich will gucken. Mach's Licht aus. Ja, mach's Licht aus. Das siehst du auch so. Oh mein goodness. Alles klar? Ist das die, die jammert? Ja. Ja, die Arme bewegen sich. Guck, Mopse. Und hier, da brauchst du. Familienfreundlich. Hat niemand gesehen. Da muss ich nicht sicherung reinmachen. Oh, ich hab... Ähm, Nemi? Nemi? Ich war das nicht? Ich hab auch eine. Ja, warte, jetzt müssen wir wahrscheinlich erst diesen Hebel hier umlegen. Komm, wir gehen mal schnell die anderen... Ah! Nein, warte, warte! Ah, scheiße! Nein, komm nicht raus! Meine Taschenlappe geht nicht! Scheiße, weg! Hä? Meine Taschenlappe ist kaputt. Meine Taschenlappe! Meine Taschenlappe! Meine... Ich wollte erst die anderen holen, Pinky. Sie ist weg! Das hast du super gemacht, Pinky. Tusch. Ich bin echt stolz auf mich, Pinky. Toll. Das ist... Oh mein Gott, doch... Hier ist noch eine Sicherung. Warum tut sie das? Warum tut sie das? Weil ich neugierig bin! Pinky, Mann! Das bringt uns, das ist... Irgendwann wir uns das umbringen. Was jetzt? Warte, warte. Ja, warte. Murphy hat keinen Schlüssel aufgehoben. Yuko, Pink, äh, Murphy. Jetzt ruf ich schon wieder deinen Namen. Yuko, Murphy. Yuko, Murphy. Yuko, Murphy, die Pinky war sehr unartig. Yuko, Murphy. Yuko. Warte mal, da fang. Shit, shit. Siehst du, was du angestellt hast? Ich wäre wieder draufgegangen wegen dir. Pinky, Mann, scheiße. Ja. Yuko, Murphy. Yuko. Yuko, Murphy. Ich habe eine Schüssel mit Fleisch. Hey, du da, du da. Musst du kaputt machen. Halt's Maul jetzt. Mann, der hier, nicht du, ja? Okay, okay, okay. Ich habe eine Schüssel mit, mit Ranz... Nicht du, nein, du nicht. Der hat die Figur sieht so geil aus. Und ich weiß nicht, ob ich hier wie ein Felschlag. Ach, der Zweite. Hey, die Pinky, die Pinky. Ich muss dir was sagen, ich muss dir was sagen. Ich muss dir unbedingt was sagen. Die Pinky war sehr unartig, ja? Geh, wir waren zusammen im Keller. Dann hat sie, hat sie, hat sie, hat sie. Dann hat sie... Ich habe diese Frau da freigemost. Ja, sie hat sie freigelassen. Wo ist Murphy? Echt? Ja. Murphy hat mich im Keller gelassen, glaube ich. Murphy. Ich habe... Vielleicht kriegt sie dich. Waren wir euch auch vorhin die Taschenlampen aus? Ja. Ja, das war wegen Pinky. Hallo, Schätzelein. Hiiii. 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 Warte mal, ich habe hier so eine Schüssel mit Ranzigem Essen gefunden. Und jetzt? Kann ich das der in den Kopf schmeißen? Nein, was macht die da bei mir? Ich sehe es. Oh mein Gott, lass mich raus. Oh. Oh. Was macht sie denn? Ich helfe dir. Go, go, go. Es passt das. Sieh gleich. Sieh rein weg. UV-Licht. Kein Effekt. Wenn Mollys Augen rot sind, hat UV-Licht kein Effekt. Molli? Sind deine Augen rot? Molli? Molli, warte mal. Sag mal. Ihre Augen sind nicht rot. Wie wir einfach kennen. Wie wir einfach kennen. Wie wir einfach kennen. Hi Molli, hallo Schnuckina, was ist los? Hey, hier, high five. Tsch, 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 tsch. Aber was war denn das? Ich weiß nicht, was wir machen müssen. Ich weiß nicht. Ich suche jetzt mal, ob ich den Keller finde. Murphy? Äh, Nemi? Wo? Nemi? Oh, nicht weg. Oh mein Gott. Hey Murphy. Man kann so Blätter finden jetzt anstelle von Rosen. Blätter? Was? Also so bunte Seiten kann man jetzt finden. Wo denn? Hallo? Eben, vorne eine. Kommt mal mit. Man kann die bunte finden? Zeig sie uns. Zeig sie uns. Zeig sie uns. Kann man finden? Hier lag sie. Da unten. Ach das? Oh ja. Also Stoffwetzen. Ah, Stoffwetzen. Stoffwetzen. Ah, okay. Stoffwetzen. Nemi, ich komme mit dir mit. Mie? Nein, du bringst mir immer nur Probleme, Mann. Frau. Nein. Nein, ist okay. Komm, lass uns zusammen mal. Warum ist der angezogen? Das finde ich sehr umgezogen. Ja. Ähm. Wir können zusammen mal ein bisschen suchen, wenn du magst. Ja. Was suchen wir denn? Den Kerl. Ah, ich habe ihn gefunden. Oder? Ne, warte, ne, warte. Hier geht es nur wieder rum. Komm. Dankeschön. Das wird wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was schlimm ist. Diese Fetzen zu finden. Oder, ähm. Hör auf, mich wegzuschieben, Juko. Fui ich doch gar nicht. Mhm. Was hat es mit den Sicherungen auf sich? Das weiß ich nicht. Und auch dieses Essen hier. Was hat es damit... Mann, Juko, jetzt noch einmal und ich schwöre dir, es setzt was. Hallo. Ja. Das gibt's auch... Lass das jetzt. Kantinenschlüssel aufgehoben. Murphy, ich weiß, wie die Kantine ist. Ja, ich habe den westlichen Wohnheimschlüssel aufgehoben. Den habe ich immer noch. Ah. Und warum bist du dann hier? Ich habe... Ich habe keine Ahnung. Mit Knochen. Also hier, hier. Leute, ich habe den Kantinenschlüssel mir nach. Hier, hier. Murphy, hier. Hier, hier. Hier, weiß ich, weiß ich. Achso, Entschuldigung. Offen, offen. Alles klar. Sehr gut. Hier, unten, unten. Ih, Ih, was zum... Ne, müssen wir warten. Wahrscheinlich die Ratten... Hier ist ein Stoffhälter. Pöten. Danke! Weiß ich nicht. Kann man da. Weiß absolut noch nicht, was man mit den ganzen Gegenständen machen muss. Und was man mit dem Essen machen muss. Aber wie, wie, wie kann ich denn? Ah, ich habe es. Wartet. Oh nein. Wir müssen die Ratten opfern. Ja. Ja. Müssen die Ratten anlocken. Und dann nehmen. Und wo rein? Habe ich jetzt eine Ratte in der Hand? Ja, hast du. Ach du Scheiße. Du hast ja ihren langen, ähm... Penis? Warte mal, wo ging's denn jetzt in diesen Keller? Ella, Ella. Oh, die haben Spaß da oben. Ja. Ja. Hier, hier runter? Ja, warte. Nein, nein, warte. Nee, es hat ja hoch geleuchtet, oder? Nee, da musst du hier runter... Ach! Ach, in den Pornokeller? Ähm... Ja, genau. Ich wollte es noch nicht so aussprechen, aber ja, genau. Warte, Sekunde... Weil wir sind ja von hier her gekommen. Hier, glaube ich. Nee. Hä? Oh. Nemi? Alle verloren. Alle weg. Oh! Ich hab Zellenschlüssel! Cool! Sind wir doch hier rüber gerannt. Und hier haben wir doch irgendwo... Nämlich, ich hab sogar einen Zellenschlüssel jetzt. Komm, wollen wir in die Zelle gehen? Das heißt, dass du willst mich jetzt einsperren? Ja. Nein! Hier oben sind Fetzen. Wo? Da oben. Es, boys... Äh... Ich hör doch von Weitem... ...lllllllllllll. Da muss es doch, eigentlich, hier hinten irgendwo gewesen sein. Ja, ist er auch irgendwo. Was?! Hier, hier, ich hab's. Hier, ich hab's. Warte mal, warte mal. Ach, das, das muss der... Nee. Ja. Guck, und jetzt den hier? Oder hast du schon? Ich hab Sicherung, ist drinne. Okay, dann hau raus. Das fand die total cool. Das fand die total cool. Hier ist noch eine Sicherung. Ich mach die rein. Das fand die total erregend. Man hört's.